Der Erste Tschetschenien-Krieg war ein militärischer Konflikt zwischen der Kaukasusrepublik Tschetschenien und Russland von 1994 bis 1996. Hintergründe 1921-1922 wurde Tschetschenien Teil Sowjetrusslands. In der Sowjetunion war Tschetschenien zuletzt autonome Republik innerhalb der russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik. Im Zweiten Weltkrieg wurde die tschetschenische Bevölkerung auf Veranlassung Stalins wegen angeblicher Kollaboration mit den Invasoren nach Zentralasien deportiert und konnte erst nach 1956 zurückkehren. Die Autonomie wurde wiederhergestellt. Am 26. Dezember 1991 löste sich die Sowjetunion auf. Am 1. November 1991 erklärte der tschetschenische Präsident Joch A. Dudayev die Unabhängigkeit seines Landes. Die russische Regierung in Moskau unterstützte in der Folge zunächst die politischen Gegner Dudayevs und verstärkte ihre Truppen an den Grenzen zu Tschetschenien. Siehe, Geschichte Tschetscheniens, Zerfall der Sowjetunion, Geschichte Russlands, Russische Föderation, Russisch-Tschetschenischer Konflikt, Kriegsverlauf. Am 29. November 1994 beschloss der Sicherheitsrat der Russischen Föderation unter seinem ersten Sekretär Oleg Lobo ohne Konsultation der übrigen Institutionen die Intervention in Tschetschenien. Am 11. Dezember 1994 erteilte der russische Präsident Boris Yeltsin schließlich den Befehl zur militärischen Intervention, obwohl der tschetschenische Präsident Didayev Verhandlungsbereitschaft signalisiert hatte. Etwa 40.000 Soldaten marschierten in Tschetschenien ein und nahmen nach zweimonatigen Kämpfen die Hauptstadt Grosny ein. Bei der Belagerung der Stadt im Januar 1995 starben nach Schätzungen etwa 25.000 Menschen durch tagelangen Artilleriebeschuss. Proteste im Ausland lösten insbesondere die offenbar wenig gezielten Luftangriffe aus, deren massive Zerstörungen bis heute nicht vollständig beseitigt wurden. Bis zum April 1995 konnte die russische Armee rund 80% des tschetschenischen Gebietes unter ihre Kontrolle bringen. Die größtenteils nur unzureichend ausgerüsteten und ausgebildeten russischen Truppen fanden sich dabei in einem Gerierkrieg wieder, der Teile der Armee demoralisierte. Die tschetschenischen Separatisten wurden zudem von islamistischen Muya-Ideen aus verschiedenen arabischen Ländern unterstützt, ebenso wie von Freiwilligen der UN-AUNSO, einer antirussischen nationalistischen Gruppierung aus der Ukraine. Die Anhänger Didayevs verfolgten die Gerier-Taktik weiter. Am 14. Juni 1995 brachten Freischaller unter Führung von Shamil Basayev ein Krankenhaus im südrussischen Budjonusk in ihre Gewalt und verschanzten sich, dort mit 1.000 Geiseln. Nach vergeblichen Versuchen, das Hospital zu stürmen, ging die russische Regierung auf die Forderungen der Gegner ein und sicherte ein sofortiges Ende der Militäraktionen, den Beginn von Friedensgesprächen und freien Abzug zu. Unter der Schirmherrschaft der OSZT begannen in Moskau Verhandlungen, die mit der Unterzeichnung eines Militärabkommens am 30. Juli 1995 endeten. Es sah den Verzicht auf weitere Kampfhandlungen, die Entwaffnung der Tschetschenen sowie die Reduzierung der russischen Truppen in Tschetschenien auf 6.000 Mann vor. Der am 2. August 1995 in Kraft getretene Waffenstillstand war jedoch nicht von Dauer, da die tschetschenischen Separatisten ihre Unabhängigkeitsansprüche mit neuen Angriffen unterstrichen. So drängen sie unter der Führung von Salman Raduyev am 9. Januar 1996 in ein Krankenhaus in Kisselja ein und besetzten wenige Tage nach der Geiselnahme das tagistanische Dorf Pervomekoje. Die russische Regierung beantwortete diese Kampfhandlungen wiederum mit Gewalt. 5.000 Soldaten und 80 Panzer zerstörten das Dorf, 78 Menschen starben bei den Kämpfen. Der tschetschenische Rebellenchef Dudayev wurde am Abend des 21. April 1996 in der Nähe des Dorfes Gerhichu getötet. Offiziellen Stellungnahmen zufolge wurde er während eines Telefonats durch einen gezielten Angriff mit einer ballistischen Rakete vom Typ SS-21, Skarab tödlich verletzt. Allerdings gab es auch Spekulationen darüber, dass Dudayev in der tschetschenischen Machtkämpfen zum Opfer gefallen sei oder gar überlebt habe. Vor den russischen Präsidentschaftswahlen am 16. Juni 1996 einigte man sich auf ein Waffenstillstandsabkommen, das aber zunächst von beiden Seiten nicht eingehalten wurde. Im August 1996 handelte dann der russische General Alexander Lebed mit dem Chef der tschetschenischen Übergangsregierung Aslan Mashado ein neues Waffenstillstandsabkommen aus, das auch den Abzug der russischen Truppen aus Tschetschenien beinhaltete. Mashado hatte im August 1996 die von der russischen Armee kontrollierte Stadt Krosny mit etwa 5000 tschetschenischen Separatisten zurückerobert. Der Krieg hatte damit für die russische Seite eine überraschende und niederschmetternde Wende genommen. Der fast zweijährige Krieg kostete nach Schätzungen mindestens 80.000 Menschen das Leben. Offiziellen Beobachtern zufolge haben sich russische Armee und tschetschenische Freischaller dabei immer wieder schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht. Weitere Entwicklung Am 22. Dezember 1996 griffen rund 100 tschetschenische Rebellen die dagestanische Stadt Buinak an. Dabei wurden drei Menschen getötet und 13 verletzt. Anfang Januar 1997 war der Abzug der russischen Truppen abgeschlossen. Ende Januar fanden in Tschetschenien Parlaments- und Präsidentenwahlen statt, aus denen Mashado als Staatschef hervorging. Am 12. Mai 1997 unterzeichneten Yeltsin und Mashado einen formellen Friedensvertrag. Der umstrittene politische Status Tschetscheniens wurde allerdings in diesem Vertrag nicht geklärt, sondern auf den 31. Dezember 2001 verschoben. Seit dem 7. August 1999 eskalierte die Lage erneut. Rund 400 tschetschenische Freischaller unter dem Kommando Shamil Basayevs und des arabischen Islamisten Ibn Al-Tschetab griffen die Nachbarrepublik Dagestan unter anderem im Region botlich an. In Kämpfen bis zum 26. August 1999 kamen über 70 russische Soldaten ums Leben. 259 wurden verwundet. Am 5. September mehrere hundert Menschen, nachdem die Situation in Dagestan schon eskalierte und es zu intensiven kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen war, verübten Attentäter in Russland im September Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser in Moskau und anderen Städten, bei denen mehrere hundert Menschen ums Leben kamen. Es gab Gerüchte, dass diese tödlichen Anschläge vom russischen Geheimdienst FSB verübt oder angestiftet wurden, um einen Vorwand für einen zweiten Tschetschenien-Krieg zu haben und den Präsidentenwahlkampf Putins zu unterstützen. Auch der frühere KGB und FSB-Mitarbeiter und mutmaßlich in Folge vergiftete Alexander Litvinenko hatte dies immer wieder behauptet. Siehe auch, Union der Komitees der Soldatenmütter Russlands. Zweiter Tschetschenien-Krieg